Das Geisterschiff aus Neuss. Normalerweise ein Lost Place, an dem man nicht so einfach drankommt, da es unter Wasser liegt. Doch der langen Dürrephase, die wir im Moment haben, haben wir es zu verdanken, dass man tatsächlich das komplette Schiff sieht und es sogar ohne Probleme betreten kann. Sehr, sehr viele Leute sind momentan vor Ort, machen Fotos, gucken sich das ganze Schauspiel einfach nur an. Auch sehr viele Leute außerhalb unserer Szene. Definitiv absolut sehenswert und eine Empfehlung.